Tatsächlich, jetzt wäre ich schon ein Bild vom letzten Event gut, wenn man die noch nur irgendwo rumliegen hätte. Wait, habe ich. Nice. Ich habe noch so nachgedacht, wir haben einfach jetzt drei Leute, die umgezogen sind. Drei komplett neue Lebensrealitäten, die hier in einem Team vereint sind. Ja, tatsächlich. Machen wir einen Spot? Du auch wirklich? Wechseln wir Rollen oder machen wir ganz normal? Ja, auch umgezogen, aber von Spandau nach Spandau. Achso, ja gut, das ist jetzt nicht so krass, oder? Das ist alles anders. Ich spiele Time Cange Blind. Ja. Am Junge! Warte, warte, nein, 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 du bist jetzt der Support Dog. Du willst ja gar nichts, was du haben willst. Vielen Dank, Rapper für die 10er-Zap-Gift. Dankeschön, Rapper. Müsst du doch alles verschenken, ich schenke doch schon wieder ein geiles Event. Ja, also einfach. Grüße genau, ist es für die 10er-Bombe. Ich spiele auch Uber. Vielen lieben Thanks. Geißte, auf dem Bild ist ja Agurin gar nicht drauf. Fuck. Welches Bild hast du jetzt gepostet? Das vom Meet & Greet, wo Agurin fehlt. Das war nicht mal Absicht. Oh Gott, das Bild scheiße. Wait, Aurora ist gebannt, die dürfen wir gar nicht spielen. Ups. Man retweetet auch noch, ne? Immer. Ja. Und dann bedankst du dich jetzt bei Red Bull noch für die 10 Gifte-Zaps, die du gerade gekommen hast. Same. Hey, Red Bull! Na, ihr hier im Chat? Also, ich habe auch noch eine volle Dose. Lass ich mal kurz meinen Red Bull-Kühlschrank öffnen. Ihr könnt mir eigentlich Gin picken, Freddy, wenn du willst. Warum? Support? Nein, nein, Brücke nicht swappen. Oh mein Gott. Ich bin schon gut am Trollen. Ich habe noch einen besseren Tweet-Chat. Ja. Warte, Sekunde, gleich am Twitter. Freddy, pick Gin. Mal kurz erwähnen. Ich will nicht Gin picken. Dann pick nicht Gin. Dann pick meinen Supporter. Nein. Das sind die 12 Folgen. Danke für den erfrischenden Content. Aber, Brücki, es tut mir leid, aber wir brauchen hier Zugriff auf Enemy Backline und CCS. Ich glaube, du musst ja Naution das spielen. Du wirst dich verarschen. Ich glaube, Rell wäre sehr gut, wenn du sie kannst. Ja, das stimmt. Aber wie kann ich jetzt darauf reden? Ich kann die Champs auch alles. Das ist auch gar kein Problem, aber brauchen wir die wirklich? Ja, ja, doch. Es ist sehr wichtig, dass du hier einen Autos spielst in dem Game. Ich glaube auch, Brücki. Ordne dich dem Team betonen zu. Oh, echt? Wie wäre Tom Kench mittlerweile insane, no? Das ist ganz okay, ja. Ah, diese Bastarde! Was ist denn mit... Okay, Brücki, ich glaube, wir können doch nicht swappen. Ah, MF ist noch ab. MF ist noch ab. Die kann ich noch spielen. Ja. Und die ist broken. Wenn die jetzt im F-Bahn, dann finde ich euch in euren kleinen Emerald-Häusern. Ich gehe ganz kurz mal schnäuzen. Ich bin gleich wieder da. Geht die Seite mittlerweile eigentlich wieder? Ich hoffe. Ich habe meine Tickets gekauft. Mehr brauche ich nicht. Die Seite geht immer noch nicht. Echt? Die geht nicht für mich, glaube ich. Bei mir gingen sie nicht. Red Bull League of its Own? Ticketmaster 500 Error. Warum steht übrigens Artists, Kammer in Kopf und T1? Weil wir erst seit drei Minuten announced sind. Zehn Minuten. Ich möchte trotzdem da stehen. Müssen wir mal Chris beleidigen. Ähm. Chris, du Arschloch. Warum stehen wir nicht schon drin? Kommt selbst gut. Okay, du gehst Tam Kench. Du hast mein Ziel. Ey, wie du möchtest. Nein, nein. Du entscheidest meinen Pick, okay? Ach so, okay. Du entscheidest meinen Pick. Du kannst jetzt, wenn du Hass noch in dir hast, kannst du alles machen. Nee, actually, Tam Kench ist hier richtig gut. I'm not even kidding. Tam Kench ist hier richtig nice. Haben die gerade deinen Jürgen gebannt? Wait a second. Äh, Brücki, was geht mir für einen Keystone auf einmal? GTA? Ja, oder? Ja, würde ich gehen. Okay. Kannst auch flieb gehen, wenn die jetzt Double Range sind. Oder sonst. Ruined MF dürfte mich auch mal ruinieren. Ach, bruh. Wir haben Ceri Jungle? Hast du dich schon jemals gespielt? Wait, was passiert hier? Keine Ahnung. Ich glaube, ich leide gegen Gragas, right? Ja, also, ja. Die hat mir klar. Ich muss mal gucken. Ach, schau mal, was wird. Heute geht man, Dominic. Was ist die ganze Zeit muted, Alter? Neu. Ich habe sie nicht mehr gegen mir gerettet, oder weiß gar nicht. Anyway, ich hätte auch nochmal einen neuen Tweet gemacht. Ein bisschen kleinen Flex noch eben oben drauf. Look at this. NNO nochmal gegen Chiron in Paris. Wird geil. Und look, I mean, look at this picture. It do be beautiful, no? It do be beautiful. Man könnte meinen, da ist jemand ein Fan. Ich will ja nicht angeben, aber es ist so eine geile Ecke zu haben. Schon nicht bad. Es ist auch ein ziemlich geiler Stuhl. Den muss ich auch nochmal explizit bewerben, anderweitig. Aber ja. Wird auf jeden Fall geil. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Lieber an Red Bull geht raus, dass wir es nochmal machen dürfen. Absolut insane. Ich freue mich da wirklich, wirklich, wirklich sehr drauf. Und ja, das alles in Paris im Dezember irgendwann. War mein fettes Highlight. Ich denke auch, das Venedig wird zu easy für uns. Ja, fangen wir mal mit denen an und arbeiten uns langsam hoch dann. Also ich glaube, bei meinem Lieblingsschimmer, Brücke 1, habe ich gesehen, dass man mit dem F auch nie die E's gilt. Ach, Sensor, oder immer nur beklagen und beschweren. Ich weiß noch was Nettes schreiben. Warum denn, mein Freund? Ich will hier auf Level 4. Einmal auch mal was Nettes da alles. Immer nur am Nürgen. Ist das krank. Nee. Aber ist doch nach wie vor nicht besser. Ist das krank. Nee, dann machen wir ja, wer wieder möchte. Nicht wahr? Nicht. Hey, soll wir in Level 1 irgendwas machen? Na klar, let's go. Wo willst du hin? Ich folge. Ich gehe hierhin. Ich mache den Foschkönig hier rüber. Okay, okay, okay. Ich habe noch nie so ein shitty S-Level-1-Team gesehen wie unseres. Ist Klan nicht Oparth? Nee, also nicht wirklich. Nein. Aber dein Team ist auch in der Lange. Ich würde TWen. Ich hätte actually E-Skillen sollen. Ich habe... Oh. Ja, wir zeigen uns auch gar nicht. Ja, wir haben es nicht gezeigt. Wir haben es nicht gezeigt. Ich habe Manaflow. 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 What's that? Guter Invade. Guter Invade. Okay, und wer sagt mir jetzt, dass die nicht hier unten schießen? Ich. Ich glaube, die haben ein Wort hier gesetzt. Wollt ihr XP? Ja. Ich hätte gerne XP. Ja, ich komme. Nee, der hätte nicht gesetzt. Der hätte nicht gesetzt. Dicker Frosch, du musst hier für mich facechecken. Ja, aber ich renne mit herunter. Ich renne mit herunter. Was? Ich renne den gegnerischen Midlaner runter. Wie mit Olaf früher, oder? Für Magic Speed. Ja, ja, kenn ich. Wir haben schon schon gewordet. Ich imagine, wir würden das Game verlieren. Wie schlimm wäre das, wenn wir ein Game verlieren? Wir sind sofort tot. Wir haben ja schon zwei Looses. Ich glaube, wir sind einfach raus dann. Ja, ja, ja. Wir haben schon zwei Looses. Ja, wir haben Def Loose bekommen, weil wir uns ja nicht rechtzeitig angemeldet haben. Ah, okay, okay. Irgendwer hat am Anfang gefehlt. Wir haben jetzt zwei Def Looses gekriegt, aber wir durften uns nachmelden. Will mir jemand eine Serie erklären, wie man das spielt? Oh mein Gott. Naja, ich nicht. Die ist ultra hart. Musst du immer Outtacken dazwischen, oder legst du auf? Argo, den streamst du nicht seit zwölf Stunden? Outtack zwölf Stunden auch. Egal, der Jungler, sollte gut sein. Wie, der streamt seit zwölf Stunden? Ja, ich habe Argo, den heute Morgen zum Bett aufbauen angeschaut. Hast du dir ein gutes Bett gegönnt, wenigstens? Also, im Vergleich zu dem, worauf ich die letzten zwei Wochen geschlafen habe, ist alles ein gutes Bett, aber ich denke, ja. Get is broken, nämlich. Get is absolutely broken. Ich habe das gute Nordel von Ikea. Ich habe meins von XXXXLutz. Nice. Na, Porn. Das sagte ich am Anfang aber auch. Oh, das waren die großen Möbelhäusern, oder? Ja. Ich spiele langsamer, keine. Kein Problem. Ne, das ist actually okay, aber wenn du mir das das nächste Mal kommunizierst, kann ich besser follow up'n. Wie sieht das Bett eigentlich voll used ist und du die Matratze zählt eigentlich? Matratze ist sehr wichtig, ja. Also, ich habe so ein Boxspringbett, das hat ungefähr vier Matratzen. Was bedeutet eigentlich Boxspring? Was bedeutet das? Ich litte, keine Ahnung. Es ist fancy. Aber klingt immer echt gut, wenn man es sagt. Aber was bedeutet das? Also, was ist daran besonders? Wahrscheinlich die Fiederung, kann das sein? Ne, du hast halt anstatt einer normalen Matratze mehrere kleine. Aha. Also, ich glaube, dass in der Matratze, die ist einfach so ein bisschen fluffiger. Einfach so ein bisschen fluffiger durch irgendeine Strategie. Sag mal, seid ihr auch krank geworden hier, Bröki, Tolgin? Ja. Noch nicht. Gestern auch, ging es mir extrem kackulig. Ich wollte mich heute Abend nochmal testen. Scheiße. Ich weiß, dass es extrem ist. Das war absolutes Zeuchenfest, glaube ich. Gestern habe ich nicht gestreamt, deswegen. Ich habe Angst wegen Neu und halt, ob das überhaupt geht. Ja, also bei mir sieht es ziemlich düster aus. Aber mir geht es jetzt schon viel besser. Gestern habe ich auch nicht gestreamt, aber heute. Ich hatte es selber. Also, gestern hattest du auch Schüttelfrost und so ein Scheiß? Nee, 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 nee. Hatte ich beim ersten Mal nicht mehr. Nicht jetzt. Okay. Ich E, du Ws, Abfahrt. Die Seju ist unten. Kann Karni nicht aufhalten. Glücklich, ich habe dich da gesehen. Oh, die Seju ist unten. Und da ist die Seju. Dein hier oben, oder was ist los? Ich kann nicht remounten. Nein, 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 ich will dein Chapman nicht. Ich sag dir, wie es ist. Mein Chapman ist stark, no? Ich will nicht. Ja, aber ich bin nicht stark. Ich muss remounten erst. Du sabotierst auf Support. Ich habe auch zwei, wir haben zwei, wir haben zwei. Na gut. Wir müssen es auch nicht forsten. Ich glaube, noch nie wollte ich Herrn Argonen Dive so wenig wie mit seiner First-Time-Serie. Ja, dachte ich mir auch gerade. Wait, der droppt. Deine Angst vor dir. Aber wir müssen schon langsam rein. Die sind fucking Emerald. Jetzt Bubble of Cool on. Will ich den canceln, oder ist das nicht worth? Kannst du machen, was du willst. Kannst du ihn noch einmal kennenlernen, wenn du willst. Ich gehe jetzt. Kriegst du einen Teleporter für die Kennen, wenn du das nice hast. Hey, geht dieser Jump hier? Oh. Ja, geht, geht, geht. Der geht, der musst du bloß sehr viel üben. Oh, was machen wir? Oder mach einfach an Beine deine E kurz. Und drück halt drauf mit der Linkstick. Aber ich glaube, das dauert länger, als wenn du es einfach nicht machst. Ja, ich glaube, das ist eine neue Matratze, deswegen. Eine Matratzen-Sponsor. Keine Ahnung. Hat nicht alle irgendwann dieses Immer-Placement? Was zum Fick ist immer? Was sind so die Standard-Dings gerade, Matratzen? Ich habe auch Ikea-Matratze gekauft damals, das Ikea-Ikea auch. Ah, der Rücken, wenn du mal in mein Alltag kommst. Das ist einfach eine harte Matratze, die ist voll bequem. Actually, auch harte Matratzen sind so viel besser, als dieses ganz weiche Memory-Form-Zeug. Preach, preach, preach. Wo du dich reinlegst und einfach so versinkst. Preach. Das ist für eine Zeit lang ist es geil, aber nach einer halben Stunde nicht mehr. Let's try. Ich muss bald wieder boten. Können wir diven? Ich kann scherchen, ich kann scherchen. Muss ich das wiederholen, oder? Oder ist ein Scherz? Nein. Aber der Fakt, dass du es trotzdem hinterfragst, spricht nicht für mich. Die ist in mir zu 100 pro, ja, fuck, ich bin super tot. Okay. Und die rüber? Und was meinst du? Wie ist das? Kommt ihr zu mir? Nee, ich glaube, die ist auf Botseite gegangen. Vielleicht Drake oder Bot ganken. Aber ich will hier kein BT-First haben, oder? Was geh ich hier? Boah, das fachst du die Sachen. Das ist bei mir, das ist bei mir. Das ist bei mir, das ist bei mir. Move, 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 move. Falt, falt, falt. Aber die sind eigentlich nicht so squishy. Cracken? Hast du, oder? Oh, sie geht rein. Ich komme. Es geht nur bis da. Weiß es wirklich nicht, tatsächlich. Vielleicht verlaube ich nicht. Mit ist Missing. Der war aber relativ low, no Flash. Fuck it, Collector. Ich glaube, Collector ist wirklich sehr schlecht, seitdem. Okay, dann fuck it, BT. Ja, BT ist klar, ich besser. Ja, sexy auch gar nicht so schlecht, denke ich zu sein, gegen die. Ich glaube, brauchst du Collector noch auf irgendwelche Champions? Ich war jetzt ja zwei Wochen lang nicht in der Kluft, keine Ahnung. Same. Same. Alter, Brücki, deine Games. Ich habe mir legit überlegt, dieses Tower Defense fürs Handy zu holen. Wait, was ist das pink one? Dieses For the King, oder was das war? Ich habe jeden deiner Streams geschaut, und es macht so süchtig zum Zuschauen allein schon. Nee, Kingdom Rush heißt das. Das ist ein Tower Defense Game, ist ziemlich cool. Äh, die Senna hat keine Barrier. Was war das anders als andere Tower Defense Games? Bitte? Was war das anders als andere Tower Defense Games? Gibt es da eine Menge von? Das sieht einfach, ist einfach relativ neu, und sieht gut aus, das war's. Und es passiert auch super viel, weil du halt Heroes hast, und es gibt so viele verschiedene Türme und Upgrades. Okay, cool. Kriegt das noch nicht wert. Hast du ein Claysman-Profi, oder warum? Meine Wave ist frozen, ich will hier wirklich nicht fighten im River. Nee, ich wollte es einfach nur spielen, Taki. Das war so. Cool. Ich habe eine Lust auf Nicht-Leak. Same, same. Oh, Dreck. Oh, Dreck! Was? So, jetzt wird gefressen. Guys, ich denke, jetzt ficken wir. Wait, wie heißt das? Wir machen nicht direkt. Die Tower Defense war so geil, früher, mit Warcraft. Wollen wir es checken? Ja, 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 ja. Kannst du move'n von Mitte? Äh, ich kann move'n, aber ich hab'nix. Seju hat Mitte geultet. Das ist gone. Seju hat Mitte geultet, maybe? Soll ich bot fixen, bot fixen, bot fixen. Watt, wer schnell die sind. Fuck. Wo ist die hin? Mir persönlich auch ein bisschen zu schnell. Was für den fuck? Ich sehe schon. Hat der die Q noch ab, vielleicht? Nee, nee. Die hat die Q benutzt. Ein bisschen geflasht, oder? Senna E ist, äh, brokener als gedacht. War das bei dir vorhin im Stream auch Brücke, oder? Wo dich der Rangor aus dem Senna Mist angesprungen hat? Ey, ist das mir, glaube ich, noch nie passiert? Ich fand das so krass tatsächlich. Haben die immer mal ein Ranggescharm, ne? Ja. Aber das ist actually richtig broken, dass du aus dem Senna Mist hüpfen kannst. Oh! Der Bounceler. Good job, Mr. Frosch. Ich glaube, Serious Hacker ist nicht schlecht, ne? Ich komme schon gut durch. Du bist am Spam farmen. Und du spielst gegen ein Emerald-Team. Ja, und? Aber der Grop ist tot. Man kann actually farmen halt auf der, das war nicht. Das habe ich gar nicht erwartet. Was ist der mit Astral-Akte? Ist der nicht auch? Der ist auch... Den kannst du auch charmen, ja. Den kannst du auch charmen. Zimmer. Let's go! Du warst sogar von der Ente solo-killst. Die Ente hat mich gesolo-killt. Die Ente. The Man, The Myth, The Legend. Ich war ein Rage, Remount, aber er hat mich outplaced. Auf der Prime-League-Seite. Ja, schau dir die Summoner-Names an. Das sind einfach Mobs, Meerkornbrot, Marmelade, Malzbier. Magst du mal ein E-Stack? Ja. Was? Trust. Ja, wir können eigentlich direkt wieder reinficken, oder? Die haben ja nichts mehr. 80 Kilometer auf Old. Actually, Bubble ist raus. Wir gehen rein. Warte mal bitte auf deinen Spark. Das braucht gar nicht. Ich habe mir den Nause attackt. Ich meine, es ist nur gemisst. Es ist ein Fiebertraum hier unten. Und ich kann sie nicht töten. Ich muss die Wave nehmen. Komm, Tipee. Tipee, Tipee, Kennen. Keine Ult. Keine Ult. Bro, da habe ich geflasht. Ultet, du Hund. Du bist komplett gefickt. Kein Ult. Kein Ult. Stromhamster flasht. Ultet in mein Gesicht. Wait, was ist mit dir passiert, Brücki? Der Tower Life lief nicht ganz viel geplant. Und jetzt bin ich aber eine saubere Kröte. Die Bubble hat getroffen. Entschuldigung. Keine Ult. Warum baust du Blade first? Weiß ich auch nicht. Okay. Ich bin nicht wirklich stronger, wenn ich ihn muss. Ich komme nochmal da hoch jetzt hier. Zum Malzbier. Zum Malzbier. Ich bin so tief traurig. Er ist hier drin. Die ist gerade rübergeheatet. Was? So ging es mir auch. Warum wurde der nicht zur Mitte gezogen? Nein. Ich komme mal, Aguri. Ja, ist schon okay. Sicher? Ah, ich kann schon. Ich kann schon. Ja, ja, ja. Aber ich habe erst in vier Sekunden eh. Huawei, geh du mal nach unten. Ups. Ich verbot den Lerngecken, actually. Ja, ich gehe Mitte. Du hast gesagt, du hast dich geflasht, oder? Ja. Ja, weiß. Er hat keine Frischkenntnis mehr. Dein Bild sieht wirklich ultra shit aus. Ich will den hier nehmen. Ich werde dich bei so zu nicht bei mir. Okay. Seitdem habe ich die Idee. Boah, stark, Connie. Du bist es auf Articare. Ähm, hättest du mir da nicht helfen können und wir spielen das? Also... Hätt ich ja. Boah, emotional support geboten. Du musst doch mal rein. Ich habe dir gut zugesprochen. Ich habe gesagt, dass du voll stark gespielt hast. Und das muss auch was wert sein. Wo ist eigentlich mein Fickfrosch? Warum habe ich den schon so lange gesehen? Der hat mir gerade einen Kill gegeben. So ist es. Und wie redest du überhaupt mit dem, hä? Ich versuche in die Rolle des ADCs reinzukommen. Der Fickfrosch. Der Fickfrosch. Kurz, kurz vor Scheiße. Wie kann man so scheiße sein? Wenn man die Zunge trifft, slow turn actually. Können wir reingehen noch? Ja, Bro, wir warten nur auf dich. Der Turm war halt wichtig. Wart für Platten. Habt ihr noch was? Frosch da mal rein. Du hast gleich Ulti, ne? Wenn der mich jetzt gleich Ulti hat. In 10, Kani. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Egal, egal. Tolkien killt die alle. Nee, wir kennen niemanden. Außer Abo genuft noch. Ich komme aber Richtung anderen. Kommen auch alle noch. Nee, ich glaube, ich sollte lieber raus, wenn es geht. Das sieht sehr schlecht aus. Okay, es steht 7, 10. Ja? Wir sind schon sehr weit, ey. Also wir haben so viele Dürrits und Scheiß. Warum haben alle meine Soda-Laner negative KDA gegen Emerald-Spieler nach Laning-Face? Bro, hast du mal die Präsenz von Altspia gesehen? Ey, wer ist das? Ah, die Seju. Die Seju. Einmal hättest du den irgendwie supportflamen dürfen. Äh, äh, loben können. Was auch immer. Ich helfe ich hier, oder? Ja, aber doch nicht von mir, oder was? Na gut, ich komme. Ja, wir sind, glaube ich, trotzdem Unbarweiter, Held und Gold. Ich glaube, ich joink den. Ja, von denen ist ein Oben. Ach, man, die spielt besser als ich, aber die kann einfach nicht smiten. Gragas hat keinen Flash. Tschüss. Tschüss. Oh nein, nicht die Ente auf der Top-Lane. Wait, machen wir direkt Dragon? Äh, Harald am Main? Wollt ich mit Ken, der macht echt viel Schaden. Warum denn? Ha. B. Ich lasse so mal für den Kämpfer, den zu flaschen. Äh, äh, Gragas kommt Mitte, Gragas kommt Mitte. Der hat aber wirklich keinen Flasch sogar. Vielleicht geben wir den, ja, wir geben den. Aber wir kriegen einen Bot-Push. Das wäre wirklich schon, zu solchen Mitteln zurückgreifen, gegen den Emerald-Team. Das ist tatsächlich, dass wir langsam mit Flina spielen sollten. Da oben ist ein TP, by the way. Ja, wir kriegen einen Bot-Push. Er hat eineinhalb Items, die machen den gerade, ne? Also, die Gegner sind sehr AP-lastig, ne? Also, wirklich sehr AP-lastig. Ja. Welches MR-Artem kauft man denn hier auf Serie? Mox? Na. Oder? Das ist keine Ahnung. Ich glaube, eigentlich fast, äh, in Deutschland fast irgendwann, äh, Mercury oder irgendwann. Late-Game. Ja. Witzend? Glaub ich, keiner trashed. Aber er spielt ja auch ein Hit-Item-Build, also vielleicht gut. Ich meine, du hast ein Blade. Witzend gibt es noch nie gesehen auf Serie Blade, glaube ich. Ja, auch noch nie. Okay. Außer bei Druttod, nicht wahr? Oh, Mitte, Mitte. Ah! Okay! Du hattest keinen Flash mehr? Wir gehen. Komm, mein Sohn, wir gehen. Ja! Wo, geh mal hier! Yo, Papa! Okay. Hat der geflasht? Hier kommt gleich ein Red-Car. Ich hätte noch Ulti, ich hätte noch Ulti, ich hätte noch Ulti, ich hätte noch Ulti. Ich habe auch Ulti, ich ruze hier rein. Ich glaube, wir fighten das, oder? Wir fighten das? Ja, ja, ja. Tolkien, lol! Müssen wir da nur irgendwie noch rankommen. Oh, jetzt niemand darf. Ah, es sieht nicht mehr aus. Cool. Ich glaube, die konnte hier auf Botline-Turm, I think. Was? Eine Ulti macht ja voll den krassen Schaden. Ja, du hast da sehr viel gemacht. Ich bin der Einzige mit dem Shutdown in dem Game. Also, ich weiß nicht, was du hast. Du bist sehr stark, du bist sehr gefarmt. Ich sehe auch noch den Seripenter hier in dem Game. Hey, sag mal, du, Kollege, Articary. Warum bin ich eigentlich auf der Mid-Wave? Weil, warum klaut Articary meine Wave und nicht mit? Ich dachte, wir nehmen hier zwei. Das ist hier nicht die kommunistische, hier, der Nächster. Ich dachte, du bist krank. Das ist nicht unsere Wave, Karni. Komrad, 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 Karni, hier. This is our Wave. Hier nochmal rein einfach gleich. Ja, bitte. Nicht sauber. Es steht immer noch 19 gegen das Emirate-Team. Wie viele Monate haben wir Zeit, um es gegen T1 zu spielen? Fünf. Listen, listen. Mich würde es nicht überraschen, wenn es das letzte Mal vor T1 wäre, wo wir zu fünf zusammen spielen. Ich dachte, wir wollen Rapper fighten. Null Schaden. Ich komme. Aber ich komme schon weg, bis wir da sind. Wir folgen dir. Die werden mich ganken wollen, oder? Und so, Wave, Karni? Das ist mit Top-Tier. Oh, look, 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 look. Illegal, illegal, illegal. Warum geht die denn da auf mich durch? Any Namys? Nice. Bonk. Die kamen vom... Hat Ruto dir den Bild im Chat gesagt, oder was? Ich habe aber auf sein Profil geschaut. Und der spielt das wirklich im Jugger? Der spielt das tatsächlich... Oh, ich bin... Hilfe! Meine Bild macht 0,0 Schaden. Ach, so geht es mir auch. Ach, aber ich seht auch den Engel, oder? Trax ist smarter, weil ich Re-Mounten kann, weißt du? Weil der Trump zu schnell tot ist, deswegen wollte ich es. Eigentlich sind wir da noch nie gewesen, Brücke. Eigentlich krieg ich 1.300 Leben zurück, aber die Bodys waren zu schnell, weißt du? Sonst hätte es mich geheilt, der Play. Aber Bodys, deswegen war es ein bisschen awkward. Okay, ich bin jetzt drunk. Wo bekomme ich jetzt 100 Gold her? Tolkien, lol. Du kannst die Cracks haben, wenn du möchtest, ich liege die für dich. Ich liege die für dich, wenn du möchtest. Oh mein Gott. Äh, Freddy, solltest du lieben sein mit deinem TP? Kann man so ein Maid sein, einfach. Hast du genug? Wolltest du mehr? Ich hab genug, vielen Dank. Aha, okay. Komm, rett Karne. Ehrenmann. Ähm, ja. Dragoon wär auch noch da. Machen wir mal schnell. Äh, da kommt ein Herald mit. Ich move, ich move, ich hab Ult ab. Ulg ist auch gleich da. Alter, einfach auch wieder reinjagen. Komm Jungs, Abfahrt. Ich bin ready mit Ult. Ich dritt den Knopf. Ähm. Ich bin bot lane. Ich ult hab mal rein, gucken wir mal was passiert. Ult in 10. Los, los. Ich glaub nicht, dass wir gleich wieder kommen, oder? Ah, ah. Bleib geflasht. Good enough. Haben wir Nash? Noch. Noch nicht. Sorry, Freddy. Ich bin noch nicht fertig. Äh, wenn du Knock upst, ich ulte. Na dann los. Camp Flash. Nice. So haben Siege und Camp Flash bekommen noch weiter. Jetzt könnten wir in der Theorie Nash'n. Ja, das will ich nicht nehmen. Lass mal Siege'n. Siehst du aus mit Lady Marmalade? Wie ist das mit dem Ehrenkornbrot? Oh mein Gott, machst du viel Schaden? What the fuck? Aber du doch auch. What the fuck? Ich wollte den einfach KS'n und dann macht deine Ult dann auch 500 Schaden. Ich hab dir die Kennen gelassen. Warum willst du den KS'n, hä? Äh. Entschuldigung. Was hast du deinen Kennen-Privilegien verspielt für den Rest des Games? Ah, der Support-Man, der geht wieder mit Most-Kills aus dem Game. Naja. Kann ich leider hinten, ich muss sie machen. Ist ja super. Schade. Der Kennen hat keinen Flash. Wird der Gragas Flash? Ich glaube ja. Für dich schur? Ich... Wollte dich fressen, aber... Ja... Ich hätte wahrscheinlich flashen sollen. Ich dachte, du kannst... Ne, wenn du so hinmoves, ist es fein. Aber... So hätte ich flashen müssen. Du musst die Records canceln, nicht back to TP? Äh, schon. Das ist schon zu spät. Ja, wir bist weg. Äh, theoretisch... Problem da, oder? Ja... Oh no. Ich bin immer halbwegs hinter die Halbwegs der Wave. Händen ist leider in der Mitte. Oh, der Barbarian Barf! Oh, du bist so ein geiler Ficker! Ich bin gleich hier, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Nioh. Ult den Fynn. Oh, das ist so crazy. Bisschen lauf ich da rein! Bist du fein? Nein? Der ist eine Senna, ne? Oh, echt? Ja. Du kleiner... Wir haben noch einen TP, wir haben noch einen TP. Die fick ich noch! Oh! Als ob sie doch da bisschen... Ey, ja. Senna kann flashen. Nice! Ich dachte, wir kommen. Nowhere hat sie da gewinnen. Boah. Boah, die wird einfach jetzt abgeschleckt. Ich hoffe, ich gewinne überhaupt. Ja, natürlich, oder? Die hat keinen Flash. Die hat keinen Flash. Eine Q und du hast sie. Okay. Es reicht! Ähm... Aua! Noch eine Q im Tank? Wir haben hier einen Mehrkornbrot noch gefischt. Ich komme! Vielleicht kannst du den killen? Wenn er gleich... Wait, was macht ihr in Phase? Hast du noch ein bisschen CC darauf? Ja, wir versuchen zu backdoorn. Komm nicht ran. Hat es in der Frontdoor entwickelt. Wir haben fast, der Twitch. Kein Flash, kein Flash. Das bin Quart. Das ist nötig, sonst kann ich nicht austrecken. Fuck! Können wir den enden? Äh... Ich glaube... Wir kennen das keinen Ult. Ich bin gleich da. Weiß auch nicht. Ja. Und Kani ist auf dem Weg. Ich glaube, wir können. Ja, ja. Streaming. Ja. Mit Kani safe. Mit Kani haben das. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Fette Mastforsch. Ja, 10 Sekunden aber nur noch, ne? Die Ente... Kani, hit Nexus, hit Nexus, hit Nexus. Kannst schaffen. It can be you only. Nur du. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Flup. Eins. Die... 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 Wenig Dásten. Was? Wait, Brück, imagina das Q getroffen, der hat es einfach Most Damage gemacht! No front! Doch! Doch!